Herzlich willkommen auf Ihrem Flug nach Stuttgart. Flugzeiten sind etwa 1 Stunde und 10 Minuten übertragen. Ihre Smartphones und Tablets dürfen Sie im Flugmodus benutzen. Sollte eines Ihrer Geräte beschädigt sein, heiß werden oder auch in der Kindheit informiert es uns bitte. Wir wünschen Ihnen einen an den Flug benutzen. Will beachten Sie, dass an Bord von Eurobex Flugzeugen als Fragen eines Motor- und Nasenschutzes verpflichtend ist. Diese Maßnahme liegt als Künstler-Schutz. Vermeiden Sie das nicht nötig, verlassen Sie Ihren Sitzplatzes. Wir haben außerdem die Reinigungszyklen erhöht. Wir führen eine regelmäßige, desinfizierte Reinigung. Wir führen unsere Kabel und Waschbäume durch. Letzten sind schon auf Behalf auf Eurobex. Sie willkommen von Bord von Jungs-Light zu Stuttgart. Die Flight-Time will beinbaut 1 Stunde und 10 Minuten. Die Smartphones und Tablets können beendet in der Flight-Mode, wenn Sie ein dieser Ereignisse mit dem Geräte beschädigt werden, die eine der unsere Geräte beschädigt werden, Sie beginnen zu schützen, die eine kleine Rissenform mit dem Geräte und der Schmutz des Flugzeits an Bord. Die Schmutz der Mord von Eurobex Flugzeugen ist ein rettigeres Charant. Fernseh Ihre Mund- und Nase-Bedeckung. Drücken Sie die Sauerstoffmaske auf Mund und Nase. Streifen Sie das elastische Wand über Ihren Kopf und helfen Sie den Reißenden. Weitere Informationen zu Ihrer Sicherheit finden Sie auf den Sicherheitskarten. Vor Ihnen, darüber losleiten Sie mit den jeweils Schildern, sowie Instruktionen, Absatz und Folgen. Das ist eine Information for your safety can be found on the safety card in front of you. Also, you have to comply with the ball in the 2-inch-home air-constructions. Ich schätze Sie rücken, lehnt senkrecht, klappt Sie den Tisch hoch, wir öffnen Sie die Sonnenblenden. Ich merke wissern Sie sich, dass Ihr Handgepäck sicher verstaute ist. Handgepäck verbleibt sich alleine, jemand wiederhung an Bord. Alle Ihre Beziehungen sind nicht Raucherflüge, Rauchen ist zu keiner Zeit gestattet. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Please, ensure that your backrest is upright, your table is folded away and a window's shell is open. Your hand luggage is stored safely away, hand luggage remain at all in case of evacuation. All your big flights are cold and flight shipping is not permitted at any time. Thank you for your attention and wish you first flight. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.